um das red ex zu nehmen finde ich so da wir das honig sammeln da finde den nächsten tagebuch eintrag was ist da sammle honig warum ist denn hier sammle honig und da sammle honig so da ist auch sammle honig ach ja untersuche den flughafen okay da könnte ich natürlich den umweg hier drüber gehen das machen wir auch okay durch wasser schwimmen ganz schlechte idee durch wasser schwimmen ist eine ganz schlechte idee jetzt habe ich auch noch hunger na warum ruckelt das auf einmal hinzu so hier war doch die kochstelle ja 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 die sind alle immer ein bisschen radioaktiv ja gut holz habe ich jetzt aufgebraucht deswegen habe ich jetzt kann ich jetzt kein wasser mehr abkochen so aber ich habe jede menge essen und hungrig das ist ja schließlich das was wir jetzt sind was ist denn apalachie ach apalachie li okay ich esse jetzt einfach mal alles mögliche weg dann trinke ich auch noch verstrahltes zeug und dann nehme ich mal ein red x das hat sich aber dann auch gelohnt weil ich habe ja wirklich ja red away verdünnt würde auch reichen glaube ich ja nehmen wir zwei so dann ist unsere strahlung weg stufenaustieg haben wir auch wieder ihr merkt schon ich mache voll auf stärke deine geschwindigkeit beim kauf und verkaufen da zieht dein händler bessere preise möchte ich nicht so so destiny so finde den nächsten tagebuch eintrag links von mir also da hoch und weiter müssen wir müssen wir den berg irgendwie hochkommen wartet mal eben komm komm guck mal her ähh man man, man, man. quir mal die kleine mal auf den Schoss nehmen man will sie nicht ... Musik ... Übrigens finde ich ja faszinierend, es regnet und davon kriege ich keine Strahlung komischerweise ab. Also eigentlich müsste ich ja verstrahlt werden durch den Regen. Aber wir wollen jetzt ja nicht kleinlich sein. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht so ist. Ich bin direkt schon wieder halb tot. Also wenn nochmal so eine Armee von Robotern kommt, wird es eng. Ich will aber jetzt noch kein Stimpack nehmen. Ist mein Problem. Aua. Und wo kam das? Voller Kletterpark. Ach du je. Ich wollte gerade sagen, dann wechsle ich lieber in die Ego-Perspekt... Nein! Ah. Ist egal. Ich möchte eh nicht klettern. Ich möchte dieses... Holoband finden. Aber schön, dass es hier noch so ein Kletterparcours gibt. Schön zu wissen. Nettes kleines Gimmick. Musik 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 Sudden entdeckt. Sudden entdeckt. Sudden entdeckt. Oh ja, mal ein bisschen sitzen. Vielleicht regeneriert sich ja dann ein bisschen... Ne, regeneriert sich nicht. Also wirklich nur, wenn man auf irgendeinem Bett liegt anscheinend. Ne, ich war eigentlich eher auf das Kronkorkenvorrat. Kühlflüssigkeit. Kühlflüssigkeit. Hallo Mama, hallo Papa. Ich bin zu Hause. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich... Ich konnte mir nicht freinehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns um das Radio gedrängt und Silver Shroud gehört haben. Papa, du hattest recht, was das Leben unter der Erde anging. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine... Herausforderung. Aber wie sie zusammen kamen, geheiratet haben, Kinder kriegten... Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Tja, da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme, wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Das Geniale ist... Weil ich jetzt sowieso nach Morgantown muss wegen dem Flughafen. Oh. Super Mutanten. Dann muss ich erstmal... Dann muss ich erstmal das Simpack und so nehmen. Und bei Waffen soll ich dann vielleicht doch ein Jagdgewehr oder sowas nehmen. Just saying. Just saying. Zack. Jetzt hat es sich noch gelohnt. Um meine ersten Super Mutanten zu erledigen... Oh, wer ist das? So, jetzt sollte ich aber wieder die Spitzhacke nehmen. Und vielleicht doch nochmal was essen. Und was trinken. Und etwa nicht ganz angeschlagen sind. Und ich swo 허�nieren. Und ich habe es auch Kraft. Und ich habe es einen Schlag. Und ich sch 24, 50. Und wie soll es gehen? Und ich versuche da drinnen. Und ich kümmere. Und wie soll ich einen Marsch. Und ich hab das. Und ich habe da drinnen. Und ich hab das. Und ich glaube, dass mein Waffen war wirst. Und ich habe das. Und ich habe das. Und ich kriege. Und ich habe das. Und ich habe das. Und ich habe das. Und ich habe das. Untertitelung des ZDF, 2020 Ui, wo bin ich denn hier? Da ist auf jeden Fall ein Roboter. Das ist nicht gut. Roboter tun immer Aua. Das darf ich doch. Befreier? Komisch, ich sehe keinen. Und trotzdem werde ich getroffen. Das darf ich doch nicht. Oh, man kann aber bestimmt nicht ohne Grund hier ganz hoch latschen. Oh, Gegenstände verwerten. Wäre immer geil. Lass mal den ganzen Schrott wieder weg. Hier habe ich auch schon wieder zwei Impro-Kanonen. Weg. Die Kampfmesser interessieren mich auch nicht. Planke. Wäre ja aber richtig gut ein Angriffswert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Wurfmesserschaden. 75? Ernsthaft? Warum habe ich jetzt drei Jagdgewehre mittlerweile? So, die Brille mit schwarzem Gestell kann weg. Kann ich eh nicht mehr ausrüsten. Die Lederrüstung, rechtes Bein. Warum ist sie denn immer noch nicht ausgerüstet? Der Ranger-Hut kann weg. Die Sonnenbrille behalten war. Finde ich nämlich cool. Das hört sich nicht gut an, was hier so sich bewegt. Hier scheint sich sehr viel zu bewegen. Oh, ein Injektor. Test-Log 31278-A14. Augen wirken glasig. Blutdruck und Herzfrequenz des Subjekts sind verringert. Diese neue Lösung scheint eine vasovagale Reaktion in Subjekten mit komplementärer DNS zu bewirken. Keine weitere Verlagerung. Das ist sinnlos. Ich weiß nicht, wie viel von den beobachteten Mutationen auf die Strahlung zurückzuführen ist und wie viel auf die Verbindung, an der wir arbeiten. Ich verstehe nicht, wie Samson die Freigabe für aerosolierende Tests überhalten konnte, bevor die Laborversuche abgeschlossen waren. Haben wir diese Hautkrankheit verursacht oder ist es nur eine Mutation? Und was ist mit denen, die ihren Verstand verlieren? Fantastisch. Die Sicherung ist gerade durchgebrannt. Dieser Winter fordert sein Tribut vom Labor. Ich werde mich lieber darum kümmern, bevor die Pflanzen erfrieren. Mach das. Oh. Das Pharma-Terminal? Keine Ahnung. Äh... Testlog 3 12 78 A 40. Eine goldene Gabel. Mann, Mann, Mann. Was die Boots hier nicht alles haben. Aber die haben richtig gute Sachen. Stimpacks und so. Finde ich gut. Davon können ruhig ein paar mehr hier rumrennen. Dafür, dass ich jetzt nur zufällig über die gestolpert bin. Jede Menge Red Eggs und Medikamente. Also ich finde es geil. Okay. Eine kleine Babyflasche ist jetzt vielleicht nicht so mega. Ey, da ist tatsächlich ein Luca-Cola. Jawohl. Hier goldetes Sturmfeuerzeug. Aber jetzt geht es langsam hier wieder raus. Ich muss ja an meine Mission denken. Und jetzt mal eben ein Schlückchen. Ein Stückchen Essen. Und weiter. Ich würde sagen, wir gehen erst in die Highschool. Gehen in die Highschool nach dem neuen Band suchen. Und dann gehen wir zum Flughafen. Fände ich zumindest eine ganz gute Idee. Willkommen in Morgantown. Sieht doch ganz nett aus, das Städtchen hier. Oh. Na. So, alle tot, oder? Warum schleppt jemand einen Runden-Napf mit sich rum? Seltsam. So, ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite. Nein, ich wollte gerade nicht ins Wasser. Ah, ich wollte eigentlich drüber springen. Hat nicht so geklappt. An alle Responder. Hier spricht Sanjay. Stahlherz ist vollgeladen und einsatzbereit. Aktiviert ihn, wenn ihr in Morgantown seid, damit er sich um die Alarme in den Vorratsräumen kümmern kann. Sorgt dafür, dass er nicht zu stark beschädigt wird. Ich hab so schon genug Reparatur am Hals. Untersuche. Was soll ich jetzt bei dem Event hier machen? Boah, geil. Zuckerbombe, Pfeffer, normales Zucker. So, mal gucken. Untersuche den Versuch, die Riesen, finde den nächsten Tagebuch-Eintrag. Ja, da bin ich doch dabei. Und nebenbei kann ich noch das öffentliche Event machen. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.